Werden wir was finden, was wir alle mögen? Ich guck mal, was läuft. Lisa, morgen. Vielleicht ein Liebesfilm? Aber es ist nichts geklaut worden. Ja, ja, okay. Ja, ich komme. Was ist passiert? In der Praxis wurde eingebrochen. Zumindest glaubt Lisa das. Der Einbrich ist aber nicht reingekommen. Das weiß ich nicht. Ich guck mir das jetzt an. Ruf mich an, wenn du mehr weißt, ja? Das war Ali. Du musst was sagen. Warten wir erst mal, was passiert ist. Was ist denn los? Iris hat die Tür nicht aufbekommen, die Fenster auch nicht. Also, alles ist nicht so dramatisch, ne? Ruft Iris die Polizei? Wie gesagt, es sind nur ein paar Kratzer. Was ist hier los? Jamal. Ich weiß vielleicht, wer es war. Ja, und? Ali. Weiter? Ja, wenn der es war, dann ist es nämlich wohl dramatisch. Der hat Kontakt zum IS. Das weißt du überhaupt nicht. Ali labert. Stopp! Ihr erzählt mir jetzt alles, was ihr wisst. Verstehst du jetzt, warum ich nichts sagen wollte? Jamal, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist? Jamal. Jamal. Das tut mir alles so leid. Das tut mir leid. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020